Hi, ich bin Lukas und heute rede ich mit euch über Autokorrekturen. Gelegentlich bin ich der Meinung, es existiert eine Art Verschwörung der Programmierer von Autokorrekturen gegen die schade Endbenutzer. Denn nicht selten passiert es mir persönlich und bestimmt anderen da draußen auch, dass ihr irgendwas auf dem Handy schreiben wollt, schreibt es richtig und die Autokorrektur schreibt es einfach falsch. Ich zum Beispiel benutze regelmäßig die Wörter ich und grad und regelmäßig passiert es, dass meine Autokorrektur ich zu och und grad zu graf macht. Warum? Das macht für mich persönlich schon mal keinen Sinn. Eine Autokorrektur sollte doch eigentlich dafür da sein, meine Fehler zu verbessern. Nicht, wenn ich mal aus Versehen was richtig geschrieben habe, da dann einen Fehler einzubauen. Ich schreibe ganz gerne mal zwischen zwei U-Bahnen eine Nachricht. Und da passiert es halt schon mal, dass ich die Tasten irgendwie nicht ganz treffen kann und dann eben ein bisschen Kauderwelsch da steht. Aber irgendwie schafft es diese ach so tolle Autokorrektur so gut wie jedes Mal, das Kauderwelsch nur noch zu verkauderwelschen. Als ob ich in der U-Bahn nichts Besseres zu tun hatte, als über Ketchup zu sprechen. Das ist ein scheiß Beispiel. Ja, na gut. Autokorrekturen sind im Normalfall so programmiert, dass sie sich das merken, was man schreiben sollte und dann im Kontext erkennen und vorschlagen. Mit Berücksichtigung der Buchstaben im aktuell geschriebenen Wort, aber naja, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber trotzdem könnte doch mal nach und nach ein Algorithmus programmiert werden, mit dem erkannt wird, ob das Wort momentan im Satzgefüge Sinn macht. Das gibt's nämlich nicht. Zumindest habe ich den Anschein, dass es das nicht gibt. Wenn es das gibt, dann belädt mich mal eines Besseren. Irgendwie finde ich das Thema extrem faszinierend. Und noch faszinierender als diese ständige Falschliegerei von Autokorrekturen finde ich die automatischen Sätze von Autokorrekturen. Das sind zwar keine Features, die die Programmierer bewusst ins Programm einbauen, aber trotzdem hast du sie halt drin, automatisch, weil sie einfach da sind. Android-Nutzer kennen schon lange die Leiste über der Tastatur, wo die vorgeschlagenen Wörter aus der Autokorrektur stehen. iPhone-Nutzer seit dem neuesten Update endlich auch. Juhu. Aber zumindest auf Android habe ich schon oftmals eine Sache festgestellt. Wenn man das zentrale vorgeschlagene Wort regelmäßig drückt, also sprich einen ganzen Satz daraus bildet, oder zumindest das, was die Autokorrektur für einen Satz hält, dann kommt ihr früher oder später immer auf dieselbe Phrase. Dass ich mich nicht mehr so viel wie möglich zu halten. Warum? Wahrscheinlich hat das Programm einfach von Haus aus eine gewisse Pattern von Wörtern, die es abklappert, um zu gucken, was als nächstes kommen könnte. In dem Zusammenhang betrachtet macht dieser Satz noch Sinn, aber es gibt noch einen zweiten. Aber ich habe so ein bisschen mehr als nur ein paar Tage in der Bundesliga. Hä? Wie gesagt, das erste macht für mich noch Sinn. Das sind wenigstens Worte, die man im Sprachgebrauch verwendet. Aber Bundesliga? Ich für meine Person habe als nicht so großer Fußballfan das Wort Bundesliga im schriftlichen Verkehr noch nie verwendet? Und warum schlägt mir meine Autokorrektur das vor, kennt aber das Wort Autokorrektur nicht? Das musste ich erst beibringen. Das kannte sie erst nach fünfmal verwenden und Bundesliga kommt von selbst? Gut zugegeben, der Durchschnitt an Männern wird wahrscheinlich glücklich darüber sein, dass seine Autokorrektur das Wort Bundesliga kennt. Aber ich persönlich frage mich einfach nur, warum ein Programmierer das Wort Bundesliga in die Autokorrektur als Standardwort mit einbaut. Vor allem als Standardwort, was regelmäßig am Ende kommt. Probiert es doch selbst mal aus. Drückt mal, wenn ihr Android habt, regelmäßig auf dieses mittlere Feld. Irgendwann kommt die zu einem der beiden Sätze oder sogar zu beiden in Kombination. Das funktioniert wirklich geräteübergreifend. Das hat nichts mit meinem Handy zu tun. Das funktioniert wirklich auf allen. Und selbst wenn nicht, lohnt es sich das zu machen. Da kommen teilweise Sätze raus wie Der Termin am Mittwoch, um den Status zu und ordern und und ich hab das jetzt mal so ein kleines Kind, ist das ja schon fast gedacht. Blumen, die ich nicht, dass ich mich nicht mehr so viel wie möglich zu halten, aber ich hab so ein bisschen mehr als nur ein paar Tage in der Bundesliga. Morgen Abend wieder da bist du nicht mehr, aber ich bin ich und habe die Ohren steif. Ihr könnt mir ja mal, wenn ihr Spaß dran habt, eure Konversationen mit der Autokorrektur in die Kommentare posten. Das würde mich wirklich interessieren, was da so alles rauskommt. Guten Abend, liebe Freunde. Das Video ist vorbei. Willkommen auf der Endcard. Und ja, die ist jetzt ungeschnitten. Die ist ein bisschen improvisiert. Ja, gut. Ich kann jetzt auf nicht viel hinweisen, weil ich ja noch nicht so eine große, hochgradige YouTube-Aktivität hatte. Ich hab ein paar Lieder gemacht. Mein letztes Lied war, glaube ich, When Israel Was in Egypt's Land, A Cappella-Version. Ähm, ja, das, glaube ich, war das letzte, was ich hochgeladen habe. Nein, Harbour, glaube ich noch. Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, macht ja nichts. Ähm, ja, ich hab Facebook, wo ich jetzt irgendwie auch mal mich dazu zwinge, irgendwas zu schreiben. Ich hab Twitter, wo ich mich auch mal dazu zwinge, irgendwas zu schreiben. Und sei es nur, ich kauf grad Äpfel. Und, naja, gut, was wollen wir noch sagen? Also, jedenfalls, danke fürs Zuschauen, wenn ihr es überhaupt gemacht habt und nicht irgendwie übersprungen habt, ob noch was Interessantes am Ende kommt. Und, ja, äh, Webseite kommt noch. Da baue ich grad dran. Ne? Und jetzt auch wirklich. Bin halt grad im Stress. Ach, verdammt, jetzt muss ich doch schneiden. Ah, naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe jetzt im Übrigen tatsächlich vor, wöchentlich ein Video aufzuladen. Und das liegt mich etwa daran, dass ich schon wieder mal versuchen will, das zu machen und es dann doch irgendwie nicht hinbekomme. Nein, ich habe jetzt meinen Grund dazu, denn ich bin jetzt Student und ich habe einen freien Tag. Und das heißt für mich, ich habe einen Tag, wo ich komplett machen kann, wo ich Bock drauf hab. Und, na gut, das kann auch Lernen sein, aber erstmal nicht. Und, oh gut, vielleicht schon. Aber trotzdem versuche ich mir da so ein paar Stunden für Videos weiter zu schaufeln. Tschüssen!